Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ok, liebe Geschwister, also heute wollen wir inshallah zwei Kapitel behandeln weiter willkommen inshallah das erste Kapitel ist al-zikru ba'd as-salah, das heißt die Adhikar die man nach dem Gebet sagt, nach dem rituellen Gebet as-salah und danach fangen wir mit dem neunen Kapitel an, und zwar die freiwilligen Gebete fangen wir an mit al-zikr ba'd as-salah Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran Gedenkt Allahs viel und Allah subhanahu wa ta'ala hat an mehr als einer Stelle erwähnt dass man nach dem Gebet besonders viele Adhikar sprechen soll er sagte subhanahu wa ta'ala hört man, noch was? ok ich glaube und Allah subhanahu wa ta'ala hat an mehr als einer Stelle im Koran das Zikr nach dem Gebet und al-zikr bedeutet das Gedenken Allahs irgendeine Form des Gedenken Allahs er hat dieses Gedenken erwähnt in mehr als einer Stelle nach dem Salah er sagte subhanahu wa ta'ala wenn ihr euer Gebet dann beendet habt dann gedenkt Allahs im Stehen im Sitzen und auf der Seite liegen und Allah subhanahu wa ta'ala sagte eben das er sagte wenn ihr euer Gebet dann beendet habt geht um das Jum'ah Gebet dann verbreitet euch wieder verteilt euch wieder auf der Erde und strebt nach einer Huld von Allah oder nach der Huld Allahs oder von der Huld Allahs und gedenkt Allahs viel auf das ihr erfolgreich sein möget und somit wissen wir dass das mit dem Salah mit Assalamu alaikum wa rahmatullah ist unsere Pflicht Allah subhanahu wa ta'ala oder unser Gottesdienst Allah subhanahu wa ta'ala nicht verendet nicht zu Ende denn wir beten Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur diesen fünf Gebeten an sondern das Gebet das Leben eines Muslims das gesamte Leben eines Muslims widmet Allah subhanahu wa ta'ala ebenso hat Allah subhanahu wa ta'ala nach dem Siyam von Ramadan uns angeordnet ihm seiner Fehl zu gedenken er sagte subhanahu wa ta'ala er sagte subhanahu wa ta'ala auf das ihr die Anzahl vollendet und ihr Allah als den größten Lob preist dass er euch recht geleitet hat und auf das ihr dankbar seid und er sagte subhanahu wa ta'ala dasselbe nach der Hajj فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ wenn ihr eure gottesdienstlichen Handlungen der Hajj vollendet habt dann gedenkt Allahs genauso wie ihr eurer Väter gedenkt oder mit noch stärkerem Gedenken und Allah weiß am besten Bescheid aber eine Weisheit die die Gelehrten erwähnen warum man Allahs gedenkt nach einer Ibadah ist weil man den Gottesdienst nicht auf die vollkommenste Art und Weise meistens macht man macht irgendwie ist man beim Gebet besonders ist man mal nicht aufmerksam oder beim Hajj macht man Dinge die man nicht tun darf oder ähnliches und damit dieser Mangel ausgeglichen wird gedenken wir Allahs danach und besonders beim Salat sagen wir ja auch danach ist der Gefahr und bitten Allahs um Vergebung und damit der Diener nicht denkt dass er jetzt seine Beziehung mit Allahs ist jetzt abgeschlossen und jetzt kann er machen was er will nein die Verbindung mit Allahs das bestehen auch noch nach dem Gebet denn es gibt Menschen für die ist der Islam besteht nur aus dem Gebet die machen die fünf Gebete und dann denken sie Alhamdulillah also mir geht es gut und meine Beziehung zu Allah ist perfekt aber sie machen leider andere Sachen die natürlich dem widersprechen und bei manchen Leuten wenn man sie sieht was für einen auf Deutsch kann man wirklich sagen ekelhaften Charakter sie an den Tag legen da denkt man subhanallah was hat er von seinem Gebet von diesen fünf Gebeten wenn er betet und dann die Menschen schlecht behandelt auch wenn er in der Moschee fünfmal pro Tag ist davon haben wir leider genug Beispiel im Gegenteil manchmal solche Leute die sich immer in der Moschee aufhalten und dann wenn sie außerhalb der Moschee sind mit Muslimen oder nicht Muslimen schlecht umgehen dann sind sie meistens das schlechteste Beispiel für die Muslime das schlechteste überhaupt jetzt dass der Dikr nach dem Pflichtgebet muss gemacht werden auf die Art wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es gemacht hat und nicht auf irgendeine verbotene Art wenn das wäre eine Bid'a unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat mit dem Sahaba täglich fünf Gebete verrichtet über Jahre hinweg und dadurch wissen wir was er nach dem Salat gemacht hat was überliefert das tun wir und was davon nicht überliefert ist das lassen wir mal schön beiseite zum Beispiel ist überliefert worden und was wir jetzt erwähnen ist kein Anspruch auf Vollständigkeit es mag sein es gibt auch andere Adhkar aber zu den bekanntesten gehören mit sicherlich die folgenden und zwar ist überliefert über Thauban radiallahu alaihi wa sallam er sagte كان Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma izan sarafa min salatihi ist tagfara thalatha wenn er sein Gebet beendet hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam dann hat er dreimal ist der Gfar gemacht und gemeint ist dass er dreimal gesagt hat astaghfirullah astaghfirullah und astaghfirullah das waren schon dreimal ich bitte Allah um Vergebung ich bitte Allah um Vergebung und ich bitte Allah um Vergebung und werden jetzt nicht jeden Dickel den ich erwähne übersetzen sondern Alhamdulillah das kann man nachschlagen in Histan Muslim oder eventuell anderen Büchern und die Zeit sparen wir uns aber die Adhkar kann man trotzdem auswendig lernen und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch gesagt Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram diese Sache ist überliefert worden und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Frage wenn er das gemacht hat nach dem Gebet wenn er nach dem salam as salam wa alikmachtullah as salam wa alikmachtullah und dann sagte er solange er noch in Richtung Qibla geschaut hat hat er noch gesagt astagfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram und dann hat er sich umgedreht und ein anderer Adhkar aufgesagt wenn das über ihn so überliefert ist heißt es dann dass einer da heißt es dann dass der Muadzin das gemacht hat nein heißt es dann dass der hier die Ikama gemacht hat das gemacht hat nein weil manche macht der eine Adhan andere Ikama kann ja sein heißt es dann dass das nur der Imam gemacht hat nein das heißt jeder wenn überhaupt dann hat es der Imam gemacht das ist Nummer eins und das ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zweitens dann müssen wir das auch machen ja also wenn wir schon so so oberflächlich wären nur ein Hadith nur oberflächlich zu folgen dann würde nur der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das machen der Imam und die anderen nicht ja aber dass nur der Muadzin macht und die anderen hören zu oder etwas das hat überhaupt nichts mit der Sundas Prophet zu tun überhaupt gar nichts sondern diese Adhkar die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt die hat er gesagt damit wir sie ihm nachmachen das ist doch klar er sagt doch sallallahu alaihi wa sallam dass wir die gottesdienstlichen Handlungen von ihm übernehmen sollen er sagt es vor damit wir es ihm eben nachzahlen also diese Adhkar sagt jeder einzelne Betende der Imam als auch der Ma'mun das weitere ist überliefert worden in As-Sahihain über Al-Mughira ibn Shu'aba radiallahu anhu arda er sagt wenn er im Gebet zu Ende war hat er folgendes gesagt la ilaha illa Allah wahtahu la sharika lah la hu l-mulk wa lahu l-hamd wa hua ala kulli şeyin qadir Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'atiyah lima manat wa la yanfa'u dhal jaddi minkan jaddi ok diesen Hadith wie gesagt kann man nachschlagen und auswendig lernen auf jeden Fall ist dieser Hadith bei Bukhari bei Muslim wie erwähnt ja dann sagte Abdullah ibn Zibair radiallahu anhu ma er sagt dass der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam nach jedem Salah diese folgenden Worte gesagt hat kanu yuhallilu dubura kulli salatin hina yusallim biha ula also nach dem Salam nach dem Salam er sagt so heißt es im Hadith nach dem Salam wa alayhi wa sallam sagt er la ilaha illa Allah wahtahu la sharika lah la hu l-mulk wa lahu alhamdu wa hua ala kulli shayin qadil la hawla wa la quwata illa billah la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyah la hu l-nigma wa la hu l-fadl wa la hu l-thana'u l-hasan la ilaha illa Allah nukhlesina lahuddin wa la hu karihal kafirun und warum lag meine Betonung besonders im Hadith darauf dass er es nach dem Salam gesagt hat ja weil eben alle diese Adhkar alle diese Adhkar in diesem Hadith hinweisen und auch in anderen heißt es tatsächlich in manchen Hadith ausdrücklich nach dem Pfarrtgebet hat er das und das und das gesagt das heißt er hat nicht erst nach dem Pfarrtgebet die Sunna gebetet und danach diese Adhkar aufgesagt dann hat er genau die Reihenfolge umgedreht sondern er hat sie direkt nach dem Salam vom Pfarrtgebet hat er diese Adhkar aufgesagt ebenso ebenso ist überliefert worden noch bevor er noch bevor er geredet hat er wird um zehn er wird um zehn Rangstufen erhöht ihm werden zehn gute Taten niedergeschrieben und ihm werden zehn schlechte Taten ausradiert weggewischt und er wird erhöht haben wir gesagt und den ganzen Tag lang wird er vom Schaitan geschützt sein oder er wird von jedem übel geschützt sein in einer Berufung heißt Allah sendet zu ihnen Schützer also Engel die ihn beschützen vor jedem üblen Sache und vor dem Schaitan und an diesem Tag wird er also geschützt sein vor oder an diesem Tag soll er wird er keine Sünde insha'Allah begehen insha'Allah besonders nicht als Schirk besonders nicht als Schirk wie man eine Art wie man das über den Hadith übersetzen könnte Wallahu A'lam und dieser Hadith ist Hassan der ist bei Al-Tirmidhi und ebenso ist überliefert worden bei Al-Tirmidhi auch Hassan über Ammara radiyallahu anhu dass er diesen Dua gesagt hat La ilaha illallah wahtahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yubi tu wa hua ala kulli shayn qadir und zwar nach dem Maghrib-Gebet also wissen wir nach dem Fajr-Gebet und nach dem Maghrib-Gebet sagen wir diesen Hadith zehnmal dann gibt es eine Überlieferung in dem es heißt dass man nach dem Maghrib und nach dem Fajr-Gebet sagt rabbi ajirni minan nar und dieser Hadith ist taif falls manche Leute gehört haben Hadith über Ahmad über Dawud an Nasa und Ibn Majah und Hadith taif wie Sheikh al-Bani gesagt hat danach ist überriefert worden liebe Geschwister dass man nach jedem Fajr-Gebet sagt man 33 Mal subhanallah 33 Mal Alhamdulillah und 33 Mal Allahu Akbar und dann sagt man zur Vervollständigung der 100 La ilaha illallah wahtahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli şey in qadil und das ist weil Imam Muslim rahimahullah über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam überriefert hat dass er gesagt hat wenn nach jedem Gebet 33 Mal subhanallah Allah sagt 33 Mal Alhamdulillah sagt 33 Mal Allahu Akbar sagt die sind 99 und wer dann zur 100 sagt La ilaha illallah wahtahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli şey in qadil ihm werden seine Sünden oder seine Verfehlungen vergeben selbst wenn sie so viele wären wie der Schaum des Meeres das ist eine Art eine andere Art es ist zu sagen subhanallah 33 Mal Alhamdulillah 33 Mal und dann Allahu Akbar 34 Mal und eine andere Art ist auch zu sagen subhanallah walhamdulillah wallahu akbar und das 33 Mal und dann zu 100 Mal la ilaha illallah wahtahu la sharika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli şey in qadil ja danach nach diesen Adhkar liest man Quran und zwar was liest man vom Quran man liest nach jedem Fart Gebet Ayat al-Kursi der 255. Vers von Surat al-Baqarah und man liest ebenso danach qullu wallahu ahad und qull a'udhu bi rabbi falak und qull a'udhu bi rabbi nas ja und zwar die Begründung dafür ist dass der Prophet sallallahu alaihi u'ala alai gesagt hat nach jedem Gebet liest so wird ihn nichts vom Paradies abhalten außer dem Tod und das heißt in der Erklärung weil der Tod der muss sein jeder Mensch muss sterben also es gibt nichts was ihn abhalten wird nach dem Tod wird er ins Paradies eingelassen also in Qiyam ins Allah und ebenso heißt es in einer Überlieferung wer das also gesagt hat nach jedem Salah der ist dann im Schutze Allahs bis zum kommenden Gebet und in der Sunan ist ebenfalls zuberiefert bei Uqba ibn Amr er sagte er hat mir angeordnet die Muawwudat nach jedem Gebet zu lesen und diese Adkar weisen darauf hin dass man sie nach jedem Pflicht Gebet also nach jedem Pfarrt Gebet von den fünf Gebeten sagt und weil man davon weil man dafür sehr viele Belohnungen bekommt soll man sie auf jeden Fall nicht weglassen weil wenn einem dann die Sünden alle vergeben werden oder einem zehn Sünden vergeben werden zehn Taten niedergeschrieben werden und man zehn Rangstufen erhöht wird all dies fünfmal pro Tag als Werder Muslim hat sich immer gereinigt von seinen Fehlern Fehler die macht also noch einmal sagen wir dass die Art und Weise wie wir die Adkar sprechen das sind ganz normale Gottesdienste ganz normale Ibadat und müssen deswegen gemacht werden wie der andere Ibadat auch beim Salah würde kein Mensch auf die Idee kommen und irgendwie neue Bewegungen darin machen und neue Anordnungen machen der Imam liest nicht mehr die Fatah sind was anderes oder der Imam sagt nicht mehr die Fatah auf sind der Muadzin oder sowas ja und wieso danach den Adkar machen wir neue Sachen darin also es gibt überhaupt keinen Grund das beides sind Ibadat und Ibadat sind Tauqifiyah das heißt Tauqifiyah bedeutet fest vorgeschrieben wir dürfen nichts an ihnen ändern deswegen ist der Prophet Salam auch gekommen also wenn wir wollten könnten wir die Adria noch einmal aufsagen brauchen wir aber nicht und sagen folgendes Adkar also auch eine Bid'a die sich eingeschlichen hat bei vielen muslimen ist dass sie manche Adkar nach dem Saragebet in Gemeinschaft aufsagen in Gemeinschaft aufsagen indem einer was vorsagt dann sagen es alle nach zum Beispiel all diese Sachen dafür braucht man einen Beweis und wenn man dafür keinen Beweis hat dann ist man keine Grundlage und wenn man von Allah gefragt wird warum machst du das und das dann hat man darauf kein Argument hat man darauf keine Antwort also soll man es lieber unterlassen und sich lieber an das buchstäblich halten wie der Prophet gemacht hat dann des weiteren soll man nach manchen gelehrten den Dikr laut sagen nach dem Salah und nach manchen gelehrten leise sagen gibt es zwei Ansichten und man kann sich eine davon aussuchen und laut ist gemeint dass die nebenan die Leute es hören können weil es gibt einen Hadith in dem es heißt dass die Leute schon gewusst haben das Gebet fertig war noch dadurch dass die Leute gemacht haben das heißt ich weiß nicht warum die Leute daraus direkt verstehen in Gemeinschaft das muss sein aber das verstehen sie so warum weil wenn du an diese Bidra gewohnt bist und du auch davon überzeugt bist dann natürlich wenn du ein Hadith liest der indirekt darauf hinweist auf was du machst dann ist für dich schon dein Beleg automatisch die Leute sind so auf jeden Fall aus diesem Hadith haben manche Gelehrte entnommen dass man den Dicken laut sagt nach dem Salah und andere haben gesagt nein das ist nur weil jeder ich sag das jetzt im positiven Sinne jeder murmelt also leise vor sich hin redet und dadurch wird das Instagram lauter so haben manche Leute gesagt aber was überhaupt nicht geht ist dass manche Leute Koran lesen oder im Salah Sachen aufsagen und dabei keinen Ton rausbringen du musst irgendeinen Ton rausbringen ich habe nicht gesagt der Nachbar muss hören und wir sagen nicht einmal wie viele gelehrte sagen du musst es selbst hören und sagen wir auch nicht ja weil entweder du bist taub kannst es gar nicht hören aber das meinen sie natürlich nicht die gesunden menschen aber angenommen es gibt geräusche muss ich deswegen lauter werden damit ich mich nein wir sagen hauptsache es kommen geräusche raus sonst wäre es nur ein lippen bewegen und ein lippen bewegen allein das ist kein aussprechen dann ich habe gesagt noch einmal es ist kein anspruch auf vollständigkeit es gibt noch andere die man aufsagen kann dann soll man wenn man zählen will zum beispiel subhanallah 33 mal sagen so soll man es mit den fingern zählen man hat zwei möglichkeiten und zwar mit der rechten hand hat der prophet es gezählt mit der rechten hand hat er diese tasbih und takbir und tahlil gezählt und zwar entweder man zählt mit den fingerspitzen also eins zwei drei vier mit den fingerspitzen dann hat jede hand fünf und was auch in ordnung ist wenn man mit den fingern mit den fingergliedern zählt was nämlich darauf der hadith eigentlich hinweist auf die fingerspitzen oder die Finger gelenke mit dem auch sein dann gibt es eine meinungsverschiedenheit mit den gelerten darf man als subha benutzen subha diese kette die aus in der regel 33 steinen besteht gibt auch größere versionen davon aber 33 steine meistens sind steine klein ich habe auch schon riesen brocken gesehen und diese subha gibt es meinungsverschiedenheit darf man sie benutzen darf man sie benutzen wenn man sie benutzt und glaubt dass eine sunna ist ist eine bid'a zweifellos aber und auch wenn man wenn man sie nicht benutzt und nicht glaubt dass eine sunna gibt es meinungsverschiedenheit und wir sagen die richtige Ansicht ist wie mehr als ein gelater gesagt hat dass es auch eine bid'a ist dass man mit subha das zählt und der grund ist ganz einfach weil das eine neuerung ist und es damals nicht gegeben hat nur eins und Nummer zwei es ist immer gefährlich wenn man etwas neues macht in der religion was man damals auch hätte machen können das ist immer so ein maßstab also es gibt etwas in der religion ist die hsan manche leute sagen oder in diesem fall meine ich damit meinen die gelehrten neue dinge die sich als sinnvoll erweisen in der religion neue dinge in der religion die sich als sinnvoll erweisen diese dinge kann es geben wie zum beispiel die mikrofone dadurch das hat noch kein gehört als eine bidra bezeichnet warum weil solche vorteile haben nutzen erbringen in der religion die dürfen gemacht werden in der religion unter zwei voraussetzungen die erste voraussetzung ist dass es nicht einer sunnah widerspricht ich meine im islam widerspricht die zweite voraussetzung ist dass diese neue sache dass man sie nicht hätte damals auch schon machen können wenn man sie damals hätte auch schon machen können dann fragen wir warum haben sie es damals nicht gemacht wahrscheinlich weil es nicht zum islam gehört also solche ketten mit steinen drin hätte man damals auch machen können zweifellos und deswegen weil es damals nicht der fall ist die richtigere ansicht und es gibt große gelehrt die gesagt haben dass es in ordnung ist wie ich sage selbst und andere haben gesagt man darf das aber ehrlich gesagt die ansicht von scheich al-bayin in dieser ansicht ist richtiger weil diese wenn wir diesen grundsatz auf anwenden es hat damals nicht gegeben sie hätten es machen können und der prophet hat auch noch mit der hand gemacht also das mindeste ist was wir sagen wieso benutzt du nicht deine hand wenn du deine hand benutzen kannst das mindeste was wir sagen welchen sinn macht es die sunnah weg zu lassen und stattdessen eine subha zu verwenden das mindeste was wir sagen auch wenn man nicht einverstanden ist wäre mit dem hukum aber wir unterlassen das und machen es lieber mit der hand aber es ist wirklich abscheulich ehrlich dass ständer wo diese ketten auf gehängt sind und dann fühlt sich einer immer verantwortlich die ketten zu nehmen und zu verteilen in der moschee das ist also wirklich ich weiß nicht wenn abdullam so was gesehen hätte er hat noch weniger schlimmer gesehen aber das ist wirklich so und dann betet man teilweise und wird einem an den kopf geschmissen also ich mache keinen Spaß es ist kein übertreibt oder überhaupt dass man betet und dann wird es geschmissen der khushur ist weg diese wenn sie in gemeinschaft gemacht werden nach dem sunnah gebet wenn du die sunnah praktizieren willst machst du normal dhikr nach dem farad und dharak stehst du auf deine sunnah zu beten entweder in der moschee oder noch besser wäre zu hause aber angenommen du willst in der moschee beten keiner kann dir das verbieten dann ist dein khushur flöten also du hast überhaupt nichts mit deinem khushur dein gebet kannst dich gar nicht konzentrieren darauf plus es führt dazu dass man hass empfindet warum hass empfindet weil wenn jemand eine bedrahe macht die können wir nicht lieben das ist der grund und dann es ist einfach eine Sache die das sunnah widerspricht dann nach dem ganzen Adhkar und nach dem nach den Ayat die man gelesen hat kann man Dua machen und zwar sagt man diesen Dua leise wenn man sagt leise dann meint wir dieses flüstern oder ein bisschen lauter als das und wenn man nach dem Pfarrt Gebet Dua spricht hält man dabei seine Hände nicht und der Grund ist dass dies nicht über den Propheten über liefert worden ist wir haben drei Situation wenn wir sprechen über das Hände heben ergebnis drei Situation die eine Situation ist die Art wenn es überliefert worden ist wenn es überliefert worden ist heben wir die Hände wie wie Hände heben ist überliefert worden über Sahaba dann können wir die Hände heben oder andere Fälle die zweite Situation ist wenn es ausdrücklich überliefert worden ist dass wir die Hände nicht heben und die Situation oder das wie in diesem Fall unser Prophet hat so oft mit den Menschen gebetet und kein einziges Mal ist überliefert worden dass er die Hände gehoben hat nach dem Salah also können wir nicht sagen wahrscheinlich hat das trotzdem gemacht das geht nicht umgekehrt muss der Fall sein und die dritte Situation ist dass nichts darüber berliefert worden ist dann darf man die Hände heben oder braucht man die Hände nicht heben und zu den Situation wo man die Hände nicht hebt gehört nach dem Fahrt Gebet und wenn man sie ab und zu hebt nicht glaubend dass es eine Sunna ist ab und zu das heißt einmal in der Woche oder ähnliches dann ist es auch unproblematisch es darf nicht zur regelmäßigkeit werden was regelmäßig werden soll sind die Sunnan ich glaube ich bin überzeugt davon wenn man sich auf die Sunnan konzentriert auf das was der Prophet nach dem Salah aufgesagt hat und sich einmal auch darauf konzentriert diese mit Bewusstsein zu sprechen und weiß was man sagt und dann brauchen wir nicht mehr neues erfinden also neues erfinden brauchen wir sowieso nicht aber ihr versteht was ich meine gut dann ist auch wenn man diese Duas leise sagt ist auch viel näher dem Ikhlas und weiter weg von Riyah Ja Scheich Elislam Ibn Taymiah Rahimahullah sagte Das heißt, dass sie irgendwie nach dem Salat gemeinsam Dekr gemacht haben. Der hat sich im Bezug auf Imam al-Shafi geirrt. Und man muss sich an das halten, was über den Propheten sallallahu alayhi wa sallam beriefet worden ist. Diesbezüglich und in Bezug auf andere Dinge. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Was euch der Gesandte gegeben hat, das nehmt an. Und was er euch verboten hat, dem enthaltet euch. Dem enthaltet euch. وَتَّقُوا اللَّهِ إِنْ اللَّهِ شَدِدُ الْعِقَابِ Und fürchtet Allah, Allah ist wahrlich streng und bestraft. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْضُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِرًا Im Gesandten Allahs habt ihr wirklich ein schönes Beispiel für jeden, der nach Allah strebt, oder sich Allah wünscht, Allahs Wohlgefallen wünscht, und den jüngsten Tag und Allahs Fiyid gedenkt. Was ist also eine Person, die sich von diesem abwendet und nicht liest, wie der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam im Zikr gemacht hat am Salah, und lieber es macht auf eine andere Art und Weise? Das bedeutet, er möchte nicht dem Gesandten Sallallahu alaihi wa sallam folgen, diese Hinsicht. Weil es gibt keinen Grund, warum du es weglassen sollst. Kein Mensch zwingt dich, nach dem Pfarrt aufzustehen und Sünder zu beten. Kein Mensch zwingt dich. Nur die Leute, man schämt sich. Niemand zwingt einen, also auf Deutsch gesagt. Die Leute schämen sich, sie wollen lieber eine Bitta'a machen, anstatt dass sie das Hunna folgen. Und übrigens ist es eine sehr gute Art von Da'wa, wenn man also in solchen Moscheen ist und nicht aufsteht. Ich weiß, es gibt manchmal Konflikte. Ich weiß, es gibt manchmal Konflikte. Das ist passiert, man braucht schon gehört und es passiert. Dann gibt es aber auch Lösungen dafür. Eine Lösung dafür ist zum Beispiel, dass man, es geht ja immer um das Dikr nach dem Salah, richtig? Dass man zum Beispiel das Nafila-Gebet nicht mehr in der Moschee betet, sondern zu Hause betet. Da hat man zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Nummer eins, man ist dem Ärger aus dem Weg gegangen, weil keiner kann dir vor, wenn es rausgesst, in der Moschee sagt, ich bete sie zu Hause. Und die zweite Sache ist, die zweite Fliege, die man geklatscht hat, ist, dass man die Sunna zu Hause gebetet hat. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat uns beigebracht, das beste Gebet, was man verrichtet, ist das Gebet zu Hause, außer dem Pflichtgebet. Hier machen wir kurz Pause und dann machen wir mit dem neuen Kapitel weiter. Also wenn es irgendwelche Fragen gibt. Okay, Bismillah, Alhamdulillah, was Salatu was Salamu ala Rasulullah. Babun fi Salat al-Tatawu'a. Jetzt kommen wir zum neuen Kapitel. Und zwar, nachdem wir jetzt gelernt haben, wie das Gebet zu verrichten ist, was man macht, wenn man auch Sachen vergessen hat im Gebet, und so weiter und so fort, gehen wir jetzt über zu den freiwilligen Gebeten. Und das gehört natürlich auch zur guten Anordnung der Gelehrten, des Fiqh. Und so weiter und so weiter. Und danach kommen sie dann erst, nach ein paar Kapiteln, zum Gemeinschaftsgebet. Und so baut sich das eine auf dem anderen auf. Wir sollten wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur uns die Fahrtgebete gesetzlich gemacht hat, nicht nur die Fahrtgebete gesetzlich gemacht hat, sondern, dass er auch uns freiwillige Gebete gesetzlich gemacht hat. Und die freiwilligen Gebete gehören zu den besten Taten. Die freiwilligen Gebete gehören zu den besten Taten. Aber noch besser als dies ist z.B. Dschihad oder das Streben nach Wissen. Aber je nachdem, jeder wie er kann, das ist eine wichtige Sache, jeder wie er kann, wenn eine Person alt und schwach ist, werden wir ihr nicht sagen, geh zum Dschihad. Das kann sie ja nicht machen. Und der gleiche Fall. Oder wenn eine Person kräftig und stark sagen, unterstützt über die Muslime und verteidige die Muslime und kämpft gegen die Ungerechtigkeit, ist besser, als dass du zu Hause z.B. sitzt und viel betest nachts. Und warum gehören die freiwilligen Gebete zu den guten Taten? Weil der Prophet s.a.w. es regelmäßig gemacht hat. Und er sagt, s.a.w. Er sagt, s.a.w. seid standhaft auf der As-Salat al-Mustaqim, bleibt auf der As-Salat al-Mustaqim und ihr werdet es nicht auf die vollkommene Art machen können. Oder ihr werdet es nicht auf die vollkommene Art, wie man es übersetzen kann. Und wisst, dass die besten eurer Taten sind das Salat. Und wisst, dass die besten eurer Taten das Salat sind. Und der Hadith ist bei Ibn Maja und Al-Albani sagt der Hadith Sahih. Und der Grund ist, Wallahu a'lam, wie wir erwähnt haben, dass das Salat beinhaltet den Koran lesen, Ruku'r, Sujud, Dua, sich erniedrigen für Allah, sich zu unterwerfen für ihn, Allah, um Hilfe zu bitten, dass man Allah als den größten Lob preist, dass man überhaupt Lob preist und dass man den Segenstros über den Propheten ausspricht. Also beinhaltet viele verschiedene Ibadat. Und vorher auch Al-Tahara eine Ibadat. Und nachher Al-Dhikr und so weiter und so fort. Es gibt zwei Arten von Tata'u'r. Tata'u'r heißt freiwillig, freiwillige Gebete in dem Fall. Es gibt zwei Arten von Salat Al-Tata'u'r. Die erste Art ist diejenige, man nennt sie Al-Nawafil, ist der Fall von Nafila. Nafila heißt ein freiwilliges Gebet oder eine freiwillige Sache. Und gemeint ist hier ein freiwilliges Gebet. Und Al-Nawafil ist der Plural von Nafila. Also die freiwilligen Gebete Al-Nawafil. Und diese Nawafil sind entweder zeitlich bestimmt, eingeschränkt oder nicht eingeschränkt zeitlich. Das heißt, entweder sie sind zu bestimmten Zeiten gesetzlich oder sie sind immer gesetzlich, zu jedem Zeitpunkt. Und das eine nennt man Muqayyade oder Al-Nawafil Al-Muqayyada die eingeschränkten und Al-Nawafil Al-Mutlaqa die uneingeschränkten Nawafil. Und von diesen Nawafil, die zu bestimmten Zeiten gesetzlich sind, manche davon, auf die legt der Gesetzgeber mehr Wert, sind wertvoller und manche sind weniger wertvoll. Zu den wertvollen oder zu den zu den Nawafil auf die der Gesetzgeber sehr viel Wert legt, gehört Salat Al-Kusuf Al-Istisqa Al-Tarawih Al-Witr und deswegen möchten wir über jedes von ihnen in einem Extrakapitel sprechen. Und das erste Kapitel, das wir beginnen werden, ist Salat Al-Witr und die Regelungen diesbezüglich. Also Babel für Salat Al-Witri und Ahkami haben. Und wir sagen, dass wir mit diesem Wittergebet beginnen, weil es Wallahu A'lam zu den Nawafil gehört, auf die der Gesetzgeber am meisten Wert legt von allen. So sehr, dass manche Gelehrte sogar gesagt haben, dass es wajib ist. So sehr, dass manche Gelehrte sogar gesagt haben, dass es wajib ist. Und dieses Wittergebet hat der Prophet niemals unterlassen. Weder wenn er sesshaft war, noch wenn er auf der Reise war. Niemals. Und die Gelehrten sind sich alle darüber einig, dass dieses Wittergebet gesetzlich ist. Dass das Wittergebet ein Wasila ist, durch die man Allah näher kommt. Und deswegen soll man sie auf keinen Fall unterlassen. Und wer sie immer unterlässt, über den hat Imam Ahmad gesagt, hat, wer das Wittergebet absichtlich unterlässt, ist ein schlechter Mensch und man soll von ihm sein Zeugnis nicht mehr annehmen. Und ebenso hat der Prophet überliefert worden bei Ahmad Abu Dawud, wer das Wittergebet nicht verrichtet, gehört nicht zu uns. Und bei den Ahnaf ist Wittergebet sogar Pflicht, wie ich vorhin angedeutet habe. Und die Mehrheit der Geladen sagt, dass es eine Sunna ist. Warum? Weil der Prophet gefragt worden ist von dem einen Araber, der nach den Pflichten des Islam gefragt hat. Und da waren die Pflichten, die fünf Säulen dabei, beziehungsweise die vier Säulen nach der Shahidat Und da war nur das Hajj war noch nicht dabei. Und deswegen hat er ihn praktisch nach dem Salah, dem Zakah und dem Siyam gefragt. Und jedes Mal hat der Prophet erklärt, was er zu tun hat am Pflichten. Und am Ende hat der Araber zu bei den fünf Gebeten gesagt. Und wir wissen, dass das Nachtgebet mit dem Wittergebet noch vor den fünf Gebeten gesetzlich war. Es war schon vorher da. Weil erst war das Nachtgebet für die Muslime und später dann kamen die fünf Gebete und da wurde das Nachtgebet freiwillig. Das heißt, die Nachtgebete gab es schon vorher. Und der Prophet wird gefragt über die fünf Gebete und er sagt, diese fünf und dann sagt er freiwillig. Und das weist darauf hin, dass es hier um die Pflicht Gebete geht, die man tagtäglich verrichten muss. Und Wittergebet ist ein Gebet, das man täglich verrichtet. Trotzdem hat er es nicht erwähnt unter den Vergebeten. Und warum habe ich gesagt, dass in dem Hadith sind die Gebete gemeint, die man täglich verrichtet? Weil wir haben gesagt oder werden noch sagen, wir haben es noch nicht erwähnt in dem Unterricht jetzt, und zwar dass das Gebet nach der richtigeren Ansicht auch wajib ist. Und damit es nicht in Konflikt steht zu diesem Hadith. Hier in diesem Hadith geht es um die Gebete die man täglich verrichten muss. Ich will euch dann erstens einmal das ist gemäß des Gelehrten der sagt dessen Idjihad ihm das Ergebnis geliefert hat dass für ihn das Wüter Gebet Sunna ist. Und dem anderen Idjihad Gelehrten hat sein Idjihad dazu gebracht dass es wajib ist. In Wirklichkeit die Wahrheit wie es wirklich ist werden wir erfahren bei Allah werden wir erfahren ob es wirklich wajib war oder Sunna war. Aber im Fiqh handelt man immer nach Überzeugung in den meisten Fällen handelt man nach Überzeugung Der Gelehrte ist davon überzeugt dass die Sache Sunna ist also sagt er zu den Leuten gibt die Fatwa es ist eine Sunna und man muss in der Fatwa reicht es aus wenn man etwas hat was man im Fiqh nennt man ist davon überzeugt man muss es nicht mit Gewissheit wissen das heißt Gewissheit wäre wie Quran Koran ist gewiss dass jeder Buchstabe davon der Koran ist 100% weil der Koran mutawatir ist alles was mutawatir ist sei es der ganze Koran oder die Sunna des Propheten teilweise das wissen wir ist gewiss das heißt was da drin steht wissen wir 100% aber die meisten Angelegenheiten im Fiqh besonders da wo es Meinungsverschiedenheiten gibt die sind warum aufgrund eines Hadiths das einer so verstanden hat ein anderer so verstanden oder ein Hadith war schwach der andere war stark aber die Gewissheit haben wir darin nicht wir haben Überzeugung und das ist ausreichend um eine Fatwa zu geben aber das war die zweite die ich sagen will es gibt überhaupt keinen Grund und das führt mich auch noch einmal zurück zu dem Kapitel das wir vorher erwähnt haben möchte auch noch eine Sache sagen was so übel ist an den Bid'a an der Bid'a Bid'a ist der Plural von Bid'a der Grund ist der gerade ein einfaches Beispiel wie das Dikr nach dem Sala wir halten uns daran fest weil es eine Sache ist die tagtäglich fünfmal passiert und sie ist eine Sache die nicht schwer ist es ist keine Sache die jetzt irgendwie man hat von dir verlangt etwas zu tun was du nicht tun kannst oder ähnliches es ist nur eine Reihenfolge dass man von dir verlangt und noch eine Sache die verlangt man von dir und zwar bitte sprich ihn selbst aus nicht nur dein aber es ist keine schwierige Sache ich weiß nicht warum die Leute das so kompliziert machen einfach mach es nicht sondern mach es anders drum was ist mit Al-Witer gemeint Al-Witer ist die ungerade Zahl Al-Witer und Al-Witer ist die ungerade Zahl und nach einer anderen Leser Al-Witer Allah schwört bei der geraden und ungeraden Anzahl und gemeint ist damit die eine letzte Rak'ah die man verrichtet am Ende der Nacht nach Möglichkeit eine einzige Rak'ah die ist damit gemeint mit dem Witter Gebet und manche Leute beten auch 3 und 5 und 7 wie wir jetzt gleich im Einzelnen sehen werden wie dem auch sei wann beginnt das Witter Gebet dieses Witter Gebet was man auf keinen Fall hinterlassen soll was ich wiederhole noch einmal mindestens aus einer Rak'ah besteht und das ist überliefert worden bei Abu Dawud und auch vielleicht bei anderen dass die Mindestanzahl weil manche gesagt haben Mindestanzahl von Rak'ah von Witter ist 3 aber der richtige Ansicht und der Hadith ist es eine Rak'ah ist das Mindeste was du verrichten musst wenn du Witter verrichten willst nach dem Isha nach dem Isha Gebet und diese Aussage nach dem Isha Gebet ist genau so gemeint wie ich es gesagt habe das bedeutet angenommen du verrichtest auf der Reise Maghrib und Isha beides zur Zeit von Maghrib beides zur Zeit von Maghrib was du machen darfst darüber werden wir noch später reden über die Reisegebete dann darfst du nach dem Isha Gebet obwohl es noch Maghrib Zeit ist schon dein Witter Gebet verrichten deswegen sage ich noch einmal das Witter Gebet beginnt nach dem Isha Gebet egal wann Isha Gebet verrichten es zur Maghrib Zeit natürlich wenn es halal ist oder zur Isha Zeit nach dem Isha dann und der Grund ist das der Beweis dafür ist dass der Prophet gesagt hat Er sagt er sagt es ist ein Gebet gesetzlich gemacht kann auch übersetzt werden das ist eine Möglichkeit geben dass ihr noch mehr Gutes tun könnt es mit einem Gebet das er gesetzlich gemacht hat es ist das Witter Gebet er hat es euch gesetzt zwischen dem Isha-Gebet, bis die Sonne aufgeht und der Prophet guckt mal den Hadith an, wenn der Prophet wollte, hätte er gesagt er hat gesagt, bis die Sonne aufgeht aber er hat nicht gesagt, bis zum Fajr-Gebet, er hat gesagt, nach dem Isha-Gebet, bis die Sonne aufgeht, er hätte sagen können wenn das Abendrot weggeht bis die Sonne aufgeht, das wäre die Zeit wie wir es verstehen, aber er sagte nach dem Isha-Gebet, bis die Sonne aufgeht, der Hadith ist bei Tirmidhi und der Hadith ist Sahih gut und Aisha radiallahu anha, so ist beriefert in As-Sahihain, sagte man, wurde gefragt über den Prophet wann er sein Wettergebet verrichtet hat und sie sagte, min kullillay autara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zu jeder Zeit der Nacht hat er schon Wettergebet, er hat ein Wettergebet verrichtet zum Anfang zum Mitte und zum Ende zum Anfang, zum Mitte und zum Ende und aber der späteste Zeitpunkt wo er sein Wettergebet verrichtet hat war As-Sahar As-Sahar ist die Zeit vor dem Fajr, also nicht bis zum Ende des Fajr sondern die Zeit vor dem Fajr so dass man noch seine Mahlzeit einnimmt bevor man fastet die Zeit und das macht man ja nicht direkt vor dem Fajr sondern ein bisschen Zeit vorher und darüber werden wir aber inshallah ausführlicher sprechen inshallah, wenn wir über das Fasten sprechen ja wann ist es am besten das kommt auf die Person an wenn eine Person davon überzeugt ist dass sie am Ende der Nacht wach sein wird dann ist es am besten dass sie das Wettergebet am Ende der Nacht verrichtet oder wenn sie jedes Mal bis zur Mitte der Nacht wach ist und danach schlafen geht und sich nicht sicher ist dann zur Mitte der Nacht oder wenn sie Anfang der Nacht auf jeden Fall ist verrichtet und nachher nicht mehr sicher ist dann am Anfang der Nacht am Anfang der Nacht egal zu welchem Zeitpunkt der Nacht ist es Alhamdulillah erlaubt und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat es zu jeder Zeit schon ab und zu mal verrichtet ja und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt im Hadith von Jabr ibn Abdullah bei Sahih Muslim wenn jemand von euch Angst hat dass er nicht am Ende der Nacht aufstehen wird dann soll er das Wettergebet verrichten und dann schlafen gehen also erst verrichten und dann erst schlafen gehen und wer sicher ist oder überzeugt ist dass er am Ende der Nacht aufstehen wird dann soll er am Ende der Nacht das Gebet verrichten denn das Lesen des Koran am Ende der Nacht wird bezeugt von Engeln also von Engeln bezeugt und das ist besser sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na also noch einmal mindestens verrichtet man einen eine Raka'ah und übrigens über manches Salaf ist überliefert dass ich das Wettergebet zwischen dem Adhan von Fajr und der Ikame von Sahat al-Fajr verrichtet habe also Adhan von Sahat al-Fajr und bevor der Ikame haben sie dazwischen haben sie das Wettergebet verrichtet und das ist in Widerspruch zur Sunna des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam und deswegen ist es nicht Sunna dass man sich daran hält auch wenn es über manches Salaf überliefert worden ist wie im Mwatta von Imam Malik und Mussanna von Nabi Shayba möge Allah mit ihnen allen barmherzig sein wie das spricht der Sunna naam der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte Das Nachtgebet wird in zwei Abschnitte verrichtet wenn jemand von euch Angst hat dass die Fajr-Zeit eintrifft dann soll er eine Raka'ah beten sodass die Zahl die er verrichtet hat ungerade geworden ist und der Hadith ist bei Bukhaim beim Muslim dieser Hadith ist auch klar dass man zwei Abschnitte beten und danach betet man eine Raka'ah also das Raka'ah hat nichts mit dem Raka'ah zu tun sondern es ist ein eigenständiges Gebet gut dann gibt es eine Angelegenheit erinnert mich vielleicht mal danach dran es passt oder ich erwähne es jetzt aber verzeiht mir eure ein bisschen die nicht die gute Reihenfolge und zwar manchen Leuten passiert es besonders im Ramadan dass sie vielleicht ihr Wütergebet verrichtet haben oder dass sie mit dem Imam beten und danach Wüter verrichten wollen auf jeden Fall kommt man manchmal in den Konflikt dass man Wüter schon verrichtet hat und der Imam jetzt noch mal Wüter verrichtet zum Beispiel wenn der in dem Ramadan in der Nacht noch mal gebetet wird oder in der Nacht überhaupt gebetet man hat schon am Anfang gebetet dann was soll man machen der Imam wird jetzt gleich noch mal Wüter beten man hat eigentlich schon Wüter gebetet das ist da hat man mehr als eine Möglichkeit und zusammengefasst ist es am einfachsten wenn man sich ein folgendes hält und zwar wenn man vorhat nach diesem Wütergebet was man verrichtet hat also man hat Wütergebetet man hat wegen nach dem Isha direkt und man kommt in die Moschee irgendwann in der Nacht zwei, drei Uhr nachts und der Imam betet das Wütergebet im Ramadan besonders in den letzten zehn Nächten und man weiß der Imam will viel beten wenn man noch viel beten möchte dann am besten ist es dass man sein Wütergebet auflöst wie löst man es auf? indem man einfach noch eine Raqqa betet man hat eine gebetet man betet eine zweite und dann wird die erste dadurch aufgelöst warum? weil der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam gesagt hat man darf keine zwei Wütergebet in einer Nacht verrichten das eine würde das andere ungültig machen das wäre eine das ist eine Ansicht und dies überliefert worden über Ibn Umar radiallahu anhu und die zweite Möglichkeit ist und zwar die zweite Situation ist und zwar wenn man nicht viel verrichten möchte nach der Mutte vielleicht nur zwei Raqqa noch verrichten möchte nach der Mutte dann ist es am besten man hält sich an die Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und verrichtet einfach zwei Raqqa und das war's auch wenn man vorher schon mit dem Gebet hat denn es ist auch überliefert worden mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam dass er nach dem Muttegebet noch zwei Raqqa gebetet hat und das ist ein Beweis dafür dass es erlaubt ist nach dem Muttegebet nochmal zwei Raqqa zu beten ohne also dass man nicht also irgendwie das Gefühl hat ich drücke es anders aus am besten ist es dass man sein Muttegebet als letztes verrichtet aber angenommen man hat sein Muttegebet schon verrichtet sagen wir jetzt den Leuten nein ihr solltet nicht mehr beten kann ja nicht sein oder das gleiche gilt wie wir später sehen werden mit der Anzahl elf Raqqa oder sowas angenommen einer hat schon elf Raqqa gebetet und jetzt das hat er nach Misha gebetet zum Beispiel jetzt verspürt er möchte ich noch weiter beten sagen wir ihm nein ist verboten zu beten sagen wir bestimmt nicht sagen wir bestimmt nicht nach der richtigen Ansicht und das ist die Ansicht der vier Gelehrten und anderen auch gut jetzt geben wir folgendes jetzt gibt es ja verschiedene Anzahl von Raqqa die man beten jetzt wollen wir zwei Sachen unterscheiden man kann entweder das Wittergebet verrichten oder Tarawih Tarawih ist etwas anders wir haben jetzt mehrere Begriffe wir haben Wittergebet wir haben Nachtgebet Qiyam al-Layl wir haben Tahajjud Gebet wir haben Tarawih Gebet damit wir die Sachen jetzt ordnen worüber wir hier nur reden ist das Wittergebet das Wittergebet dasjenige was ungerade Anzahl von Raqqa hat dieses Gebet meinen wir also ich drücke es anders aus damit es deutlicher wird weil es manche Leute verstehen das ist falsch wenn ich also in der Nacht zwei 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 Raqqa bete und danach in der eine bete das Wittergebet ist das letzte gewesen das andere war kein Wittergebet das andere war einfach Nachtgebet Qiyam al-Layl meinetwegen und Tahajjud nicht man ist wenn man es nach dem Aufwachen wenn man extra dafür aufsteht ja gut jetzt sagen wir folgendes wenn du dein Wittergebet ein Raqqa beten möchtest nur ein Raqqa beten möchtest ja dann hast du kein Problem dann betest du einfach nur ein Raqqa und das war's okay das war's aber fangen wir mal an die höchste Anzahl die man betet als Wittergebet zumindest die höchste Anzahl die man beten darf als Wittergebet und wenn man da sich unterscheidet ist das tatsächlich eine Beda warum weil der Prophet hat meistens als Wittergebet ich sage noch einmal es gibt ein Wittergebet hat als elf und maximal dreizehn Raqqa gebetet jede Nacht und gemeint ist eben als ein Salah das ist ein Salah okay und zwar hat er wie heißt es aber wie wir es verrichten werden wir gleich also sagen die erste Version ist allerdings wenn man elf oder dreizehn Raqqa beten möchte dass man zwei Raqqa betet Salam macht 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 zwei Raqqa betet hat man zehn und dann macht man ein Raqqa Witter und so hat man elf Raqqa gebetet und das ist die offensichtliche Beriefung von Aisha und das ist die offensichtliche bedeutende Beriefung von Aisha Er sagte sie sagte der Gesandte Allah hat in der Nacht elf Raqqa gebetet und einer davon war sein Witter gebet und der Hadith ist bei Muslim und in einer Beriefung heißt es Und zwar nach jeder hat er Salam gesprochen und dann hat er mit einer Raqqa sein Witter gebet verrichtet Dann ist es auch erlaubt für ihn für den Menschen dass er und das gleiche gilt für die 13 Raqqa 2, 2, 2 ebenfalls ist es auch erlaubt dass man diese elf Raqqa auf einmal betet auf einmal betet mit einem einzigen Salam indem man einfach diese dass man neun Raqqa betet hintereinander ohne zu sitzen bei der 10. Raqqa bleibt man dann sitzen sagt aber kein Salam sagt Und dann Allahu Akbar steht auf betet seine 11. Raqqa und danach sitzt man machte Shachud und Salam und dann ist man fertig Oder was man auch machen kann ist dass man diese 11 alle zusammenfügt und erst für den 11. Raqqa sitzen bleibt aber die erste Version ist besser als dass man nicht sitzen bleibt Ich kenne auch ehrlich gesagt das hat Shachal Fawzan hier erwähnt aber ich kenne dafür jetzt auch kein Hadith da müssen wir mal nachschauen Dann ist es auch erlaubt dass man neun Raqqa betet sein Wittergebet und zwar man betet acht zusammenhängend bleibt sitzen nach der achten Tashahud wie gerade eben bei der 11 und steht dann zur neunten auf macht Tashahud und macht dann Salam das heißt bei der achten macht man Tashahud bei der neunten macht man auch Tashahud und dann auch Salam Dann gibt es eine nächste Möglichkeit dass man sieben Raqqa betet oder fünf und in beiden Versionen in sieben und in fünf macht man sie alle zusammenhängend und sitzt nicht bei sieben man sitzt nicht bei der sechsten und man sitzt erst bei der siebten und macht Salam bei fünf Raqqa man macht alle fünf zusammen am Ende sitzt man macht Tashahud und sagt Salam und was aber auch überliefert worden ist bei den sieben man kann auch bei den sieben bei der sechsten sitzen ist auch überliefert worden dass man bei der bei der siebten bei der sechsten Raqqa sitzt Tashahud macht und dann bei der siebten Tashahud macht und der Salam spricht diese die Überlieferung ist bei Muslimah auch überliefert worden so haben wir bei den sieben Raqqa zwei Versionen die überliefert worden sind bei den fünf Raqqa haben wir nur die eine dass man nur bei der letzten Raqqa Tashahud macht und zwar das ist weil gesagt hat der Hadith ist bei Muslimah Ahmad bei Ibn Majah sie sagt die Gesandte Allah betete sieben oder fünf Raqqa und hat dazwischen keinen Salam gesagt und nicht dazwischen gesprochen ebenso darf man drei Raqqa beten und die drei Raqqa hat man zwei Versionen und die dritte ist eher nicht erlaubt die eine Version ist dass man alle drei zusammenhängend betet und zwar heißt es im einen Hadith beim Mutt und bei Al-Nasai und bei Al-Hakim und er sagt der Hadith ist und Al-Zahabi sagt der Hadith ist ebenso und zwar heißt es der Prophet sagt er betet drei Raqqa und hat sich erst am Ende hingesetzt erst bei der letzten Raqqa hingesetzt also darf man die drei Raqqa zusammenhängen beten und die zweite Art ist die ganz normale wie man sie was heißt die ganz normale also die zweite Art ist dass man zwei Raqqa betet Salam und dann aufsteht und eine Raqqa extra betet und die dritte Version ist die die offensichtlich nicht erlaubt ist und zwar dass man das gebetet so wie das Maghrib gebet und zwar dass man nach der zweiten Raqqa sitzt Tashahud macht aufsteht noch ein Raqqa betet und dann nochmal Tashahud macht und dann Salam weil der Prophet Sallallahu gesagt hat dass wir das Wettergebet La tutiru bi thalath tushabbihul Maghrib und zwar betet nicht drei Raqqa so dass es aussieht wie das Maghrib gebet sagt und der Hadith ist bei Al-Bahqi und bei Al-Hakim und bei Adara Qutni und Ibn Hajar sagt der Hadith also sagt man erfüllt die Voraussetzungen von Bukhari und von Muslim ja insofern haben wir das Wettergebet kann man beten als 1 3 5 7 9 11 13 Raqqa wenn das Wettergebet wenn wir es einfach verrichten als 1 Raqqa ist das Gebet in Ordnung richtig aber es ist auch überliefert worden bei mehr als einem Hadith die gehen alle über Al-Hasan Ibn Ali radiyallahu anhumma dass der Prophet salallahu al-hasan sagte radiyallahu anhum dass der Prophet ihm beigebracht hat sein Großvater dass er im Wettergebet folgenden Dua sprechen soll Allahumma hadini fi man hadayt wa afini fi man afayt und die Dua kann man dann bis zum Ende nachschlagen die weiter geht und dieser der Hadith ist bei Abu Dawud al-Tirmidhi und al-Nasai und der Hadith ist sahih also mindestens dort habe ich der Hadith gefunden wie dem auch sei und man hebt dabei auch die Hände man hebt dabei die Hände denn das ist überliefert worden über Umar ibn Khattab radiyallahu anhum bei Al-Bayhaqi und Umar ibn Khattab gehört zu den fi Khulafa wie der Prophet salallahu al-hasan gesagt hat alaikum bis Sunnati bis Sunnati al-Khalafa al-Rashidina al-Mahdiyina min Baadi also haltet euch an meine Sunna und an die Sunna der rechtgeleiteten besonderen Kalifen nach mir beißt auf ihr mit den Backenzähnen fest und Umar ibn Khattab gehört zu ihnen und er hat die Hände gehofen deswegen wir die Hände also in die beiden Qunud von erwittelt Gebet ebenfalls und wenn man es nicht macht kann man niemandem was vorwerfen weil es nicht über den Propheten überliefert ist aber es ist eine Sunna von Umar deswegen machen wir es ihm nach zweifellos wie macht man die Hände wie macht man die Hände Shaykh al-Uthamin rahimahullah sagte dass die Aussage der Gelehrten weist darauf hin dass man die Hände in Höhe der Brust macht und dass man sie eher zusammen macht als auseinander dass man sie eher zusammen macht als auseinander als eine Angelegenheit also darauf weisen die Aussagen der Gelehrten hin möge Allah und ihnen zufrieden sein und man hebt die Hände nicht zu sehr hoch weil es nicht um eine Art übertriebene also Ibtihal es geht nicht um eine Art übertriebene Unterwerfung es geht einfach um ein Sprechen eines relativ gewünschten Duas und diesen Duas spricht man indem man seine Hände nicht übertrieben hebt sondern ganz so diesen Duas spricht man manche Gelehrte haben gesagt man muss dein Duas nicht jedes Mal sprechen man muss ihn sowieso nicht sprechen aber manche bevorzugen dass man ihn ab und zu mal nicht spricht weil es eben nicht über den Propheten überliefert worden ist sondern über Umar Sondern über Umar und Khattab die Hände und zwar das ist nämlich Al-Hasan hat diesen Dua uns überliefert dass der Prophet ihm beigebracht hat dass er es sagen soll im Salam deswegen haben manche Gelehrte gesagt weil es nicht über den Propheten überliefert ist muss man es nicht jedes Mal sagen ab und zu kann man es auch mal weglassen Wallahu a'lam dann hat gibt es auch noch einen weiteren eine weitere Überlieferung und zwar Müttergebet und danach dann darfst dann darfst du den Dua sprechen Wallahu ta'ala a'lam die Jelaten haben gesagt auf eigene Sprache wenn du keine wenn du nicht auf arabisch sagen kannst wenn du nicht auf arabisch sagen kannst sagst du es auf eigener Sprache Wallahu a'lam das gleiche gilt für Sajud und das gleiche gilt auch für die Stelle vor dem Salam nur wenn man Imam ist und man macht also Imam ist das ist klar damit meine ich dass man betet während Leute hinter einem sind dann soll man nicht diesen Dua so sprechen sondern in Pluralform sagen man sollte einem lernen Allahum ma'edina fi man ha'dayt wa'afina fi man affayt weil der Prophet dann gesagt hat man amma qawman fa khassah nafsahu bi du'a fadkhanahum wer imam ist und dann Dua macht für sich selbst der hat die anderen betrogen und der Hadith ist über Ahmad und Tirmidhi und Ibn Maja der Hadith ist Hassan also ja dann wie steht es mit dem Qunud diesem Dua den man spricht Wann sagt man den überhaupt man hat die Möglichkeit ihn zu sagen vor dem Rukur oder nach dem Rukur besser ist es nach dem Rukur aber man kann ihn auch sagen vor dem Rukur beides ist überliefert worden beides ist überliefert worden wenn wir schon bei der Angelegenheit sind Al-Qunud sagen wir wie steht es mit Al-Qunud in Al-Nawazil das heißt in Not Situation oder in Situation in dem etwas Übles unter den Muslimen ausgebrochen ist was Schlechtes passiert ist macht man dann Qunud die Antwort ist ja es ist eine Sunna dass man dann Qunud macht Dua macht im Salah nach dem Ruku und zwar sind die Gelehrten dann haben drei Ansichten darüber die ersten sagt man macht es nur in den Gebeten den man laut liest und die zweite Ansicht ist man macht es nur macht es in allen Gebeten und die dritte Ansicht ist man macht es nur im Fajr Gebet Wallah und es ist überliefert worden dass der Prophet einen Monat lang Dua gemacht hat gegen bestimmte Personen und Dua gemacht hat für bestimmte Personen und 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 das ist Qunut gewesen also im Fahrt Gebet das darf man das und natürlich danach ist dem Propheten verboten worden dass er gegen bestimmte Personen Dua machen darf wie wir schon gelernt haben und manche Gelehrte sagen es ist immer Sunnah Qunut zu machen und der Schafi er sagte bei ihnen ist das im Fahrt Gebet immer Sunnah Qunut zu machen aber wenn ich mich richtig entsinne bei Schafi ist es nur beim Fajr Gebet aber müssen wir nochmal nachschauen wie dem auch sei und sie stützen sich unter anderem auf einen Hadith von Anas in dem er sagt er hat bis zum Ende seines Lebens noch Qunut gemacht und dieser Hadith ist aber umstritten und deswegen lassen wir ihn weg und sagen wir machen Dua dieses Qunut Dua bei Not Situationen oder noch weniger als Not Situationen wenn es notwendig ist wenn es einen Grund dafür gibt und der Grund dafür warum wir es nicht immer machen und dass dieser Hadith nicht authentisch ist ist der Beweis dafür ist und zwar dass ein Sahabi gefragt worden man sagt Macht das was Neues, eine Bid'a. Wie der Prophet S.A.W. sagte, Kula Muhdathatim Bid'a. Muhdathat auf Arabisch ist etwas Neues. Eine Bedeutung von vielen. Muhdathat mehr als eine Bedeutung. Muhdathat heißt, in Tahara haben wir gelernt, auch Unrein, wenn man Muhdath ist. Also, wenn es einen Grund gibt, macht man Qunud. Und richtiger ist eben, dass der Prophet S.A.W. es nicht bis zum Ende seines Lebens gemacht hat. Wallahu Ta'ala A'lan. Und... wasσallel夠er على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا